Ich habe mir die Meierwerf ausgesucht, weil ich denke, so etwas Großes kann man in der Region hier sonst nie so bauen. Meier legt ja viel Wert auf Förderung und es gibt ja sämtliche Möglichkeiten mit Stipendien, Meisterschulen und so was. Also wenn man sich vorstellt, dass das dann nachher so groß ist, dann beschreibt ich gigantisch. Man kann extrem stolz auf sein, an so einem monumentalen Werk mitzugeben. Man kann extrem stolz auf sein, dass das dann nachher so groß ist.